hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge like hier frontiers ist das nicht sind wir jetzt nicht also von da hinten sind wir gekommen weil wir einmal irgendwie im kreis um die krippen um gelascht sind und jetzt sind wir wieder da da vorne steht unsere scheune schon also unser haus ist eine spektale klein dieses haus der scheune ist unglaub da haben wir einen händler in der hoffnung dass dieser händler jetzt noch bleibt die ebene sind befreit man hätte nur drei meter weiter laufen müssen da waren die dinge dann und und ich möchte immer noch hier in will ich haben macht das auf den was können wir verkaufen er bringt man nicht viel die bringen auch nicht viel bringt auch gerade nicht viel bringt alles nicht viel so dann hier raus und wir müssen jetzt auch das muss jetzt alles direkt die müssen wir auch weg sehr schön das muss auch weg das muss haben wir dann alles ich glaube dann haben wir alles runter gemacht und wir brauchen einen größeren wassertank definitiv brauchen wir einen größeren wassertank und was wir natürlich noch benötigen ist natürlich hier nicht mich betreten wie krieg ich dieses häuschen runter hier ja hier nee ja den kriegt man so runter wie krieg ich dich runter wie krieg ich dich überhaupt runter doch aber doch gerade und dann hier hin und dann hier hin und dann hier hin und dann wassertank kapazität bewässerungsschlauch hier drei rote linsen eisenteile und rote linsen also wir brauchen jetzt fünf rote linsen und wir haben keine kohle mehr oder aber brauchten wir kohle überhaupt für die linsen nicht mehr holkopföl holkopföl schlafen wir hier her ok wir brauchen wieder holköpfe müssen wir jetzt anbauen richtig heftig machen wir auch dann direkt doch komm mal her hier ja voll und was wir unbedingt brauchen das können wir jetzt auch direkt machen hierher zack jawohl alles zehn stück gehen rein ok der kompostiert bis morgen wir gehen mal hierhin packen das da rein das war ein das hatten wir noch nirgendwo rein noch mal zu einem dieselkürbis heran ja und die hier ja wo wir brauchen aber hierhin hierhin das ist alles gedüngt bis auf ihn da oder was der rest ist hart gedüngt oder was ok haben wir nicht mehr ist aber nicht wild immer hierhin ja wir brauchen wieder die brauchen war und das was wir da gerade neu angesammelt haben richtig richtig das beginn halt stoppt dahin an sind darf für steck ist da noch nie wollen wir ok haben jetzt ja ja gut wir brauchen ein paar von denen deswegen ja gut dann haben wir da noch fünf da haben wir es ihnen da haben wir das war es dann schon jetzt war ein weiter gehen ok ja cool dann können wir hier klingt das überhaupt was wenn wir das machen ab dem phase gelben hirn da noch eine kann pflanze hin ein paar kann pflanze haben wir nein haben wir nicht das war es dann auch ja tag 38 unkrautsam so dann gehen wir jetzt mal ins heierbettchen oder roter kristall müssten wir noch strammeln wir müssen ja wir müssen warten bis wir von dem topföl genug haben obwohl haben wir hier vielleicht noch topföl wir haben kein kopf gerade dann gehen wir gute kristalle sammeln die gibt es da hinten die können wir dann nämlich abgeben und nacht schlafen ist so es ist so normal wenn wir nicht mal licht machen schaut die cool aus ich mag das aber gibt es wurde die holen wir uns die holen wir uns ach komm lass doch den kranz steigen hier hoch und da haben wir die drei roten kristalle die wir bräuchten eigentlich schon aber wir hauen mehr kristalle durch und wir müssen auch mal wieder felsen mitnehmen und wenn wir gerade da sind können wir die kristalle auch mal wieder mitnehmen haben wir da hinten haben wir auch alles hier noch irgendwo was was für ungestürzter baum ich dachte das wäre ein erz so kann man sich täuschen da sind die wiesen da wollen wir hin dahinter wollen wir da können wir vielleicht mal wieder herkommen wenn wir schon da sind oder mal ein bisschen was mitnehmen mal ein bisschen was mitnehmen vom alu da ist die kiste von dem see an dem wir nie vorbeikommen werden und dann hier lang darauf sehr schön und dann laufen sie weiter junger mann und während die sonne aufgeht laufen wir auf unser zu hause zu verlassen unseren mächtigen doch noch schnell schlafen so tiefland ebene wieder hergestellt sehr schön das ist dann der nächste harte krasses darf den wir brauchen ok mit floating würfels dann müssen wir gucken dass wir ja so und es regnet und es regnet das ist sehr schön sehr schön hochkopf rohmeis sehr sehr gut aber was brauchen wir denn jetzt gleich wieder genau hier da ist naja genau braucht ihr diese diese köpfe hier ne verstehe ich nicht verstehe ich gerade gar nicht so wir gehen jetzt mal kurz dahinter und dann ähm holen wir uns das geld für die roten kristalle und ich glaube dann gehen wir einfach mal einen tag überspringen einfach weil wir es können ich weiß auch nicht ob der jetzt hier schneller sprintet hat so jetzt nicht im gefühl wenn ich ehrlich bin naja immer mit der ruhe okay okay warum zeigt wir dich hier räume an ich weiß es nicht wo der händler kommt aber das ist uns egal Denn wir wollen da nach oben. Und ich hätte ja so gerne irgendwie mal grün. Weizenfeld. 150 Weizen. Okay, da sind wir noch ein bisschen weg von. 10 Humibären, den können wir annehmen. Gelbes Glas können wir noch nicht annehmen. Weil wir noch keine gelben Kristalle haben. Und da drüben können wir noch nichts machen, weil wir den Gelauf noch nicht haben. Okay, da ist Eisen drin. Wenn wir mal... Wenn wir jetzt da runter gehen, ist das dann etwa die Richtung, die wir brauchen. Das ist etwa die Richtung, die wir brauchen. Da kommen wir zu den Treppenkipfeln. Ja, der aber ist so sicher bis abend in der Kirche. Fahr rein. Hier die Säge. Können wir uns... Da kommen wir nicht raus. Nein. Da kommen wir rum. Ach, wir könnten nur hochkommen sogar. Dann sehen wir hier nochmal ein Kaufband Aluminium. Okay. Ah ja, wir sind ja in den Wiesen, ne. Oh, was sehen da meine... Was sehen denn hier meine verzündeten Augen? Ja, jetzt bin ich bei dem Tor, da bin ich ja ganz falsch. Da bin ich ja... Aber sowas von falsch. Aber wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Aber da kommen wir nicht lang. War der Fluss da schon immer? War der Fluss da schon immer? War der Fluss da schon immer? Aber da Ja, das Ding ist living. Da ist komplett nicht lang. Da ist irgendetwas. GmbH! hätte ich vielleicht zwischendurch mal reden sollen ja das ist wenn man vergisst dass man auf und dann kann ich ja das sieht doch mal ganz okay wir müssten ja irgendwo dahinter ist ja auch wenn wir sicher über das tor gibt es irgendwann eine abkürzung oder das tor macht irgendwo hier hinten auf ich hätte dahin gefolgt komm auf geht's das war nicht hier lang renn da rum mach nur jetzt war ich gerade so im Straßenbaumodus bist du da mal so wenn du mein sohn draußen baumodus bist wahrscheinlich sogar wir laufen mal dahin mal schauen ob das wahrscheinlich können wir das zeug jetzt gar nicht abbauen was wir davor gerade gesehen haben aufgrund von immer randklippen die sind befreit jogge eher da sind randklippen ok ah ja genau hier waren wir das hier am aufheben da haben wir den stuhl bekommen zack da gibt es hier wie heißt es kupfer und jetzt sind wir tieflandebene und da können wir jetzt mal gucken was es gibt da kommen wir erstmal den staubfolger rein erstmal gibt es die da naja naja ist schon gut alles recht und zum nächsten gibt es das da was auch immer das ist so einen Augenblick bitte und da geht es auch schon weiter Honigflaschen Samen ok wir gönnen uns wir nehmen es auf alle Fälle mal mit warum auch nicht da hinten ist noch mehr gibt es noch mehr Honigflaschen da ist noch eine Honigflasche ok 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 da sind Flüsse da ist Wasser und jetzt für die Wissenschaft ah es geht man kann auch einfach durchlatschen noch einmal da nach vorne ok da sind welche da sind auch irgendwas ok aber wenn es hier euch gibt ach die Büsche ne ja ja ich glaube die Büsche da geht es hoch da geht es auch hoch das habe ich gesehen beim beim Laufen Verbesserung erforderlich natürlich ok damit können wir leben ja können wir so einmal übers haben rüber da oben gibt es noch Ohre die habe ich ja vorher gar nicht gesehen was ist hier alles so viele Dinge zum entdecken wo geht es hier hin hier geht es nirgends hin hier kann man schöne Aussicht genießen bei Regen wunderschön oder es gibt irgendwann einen Bootansatz das könnte natürlich auch sein wir wollen ja wir wollen ja den Entwicklern da nicht reinreden mal ein Licht anmachen damit auch ich wieder mal was gehe hey war tatsächlich mal was wichtiges aber da ist er wieder so was wollten wir wir wollten Kohle 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 so die Flammebene ist ja richtig ne hier gab es doch Kohleablagerungen und wir haben dort schon eine Nacht geschlafen und alles es muss doch dann irgendwo oh da hinten ist noch eine Höhle da müssen wir auf alle Fälle aber ich glaube das ist die Höhle wo wir sowieso mal reingehen oder die Kohle ist es nicht das Filz an der Seite doch doch das ist das wo wir wissen okay hey wenn es so da liegt nehmen wir es mit wenn es einfach so da liegt nehmen wir es mit was soll's wenn wir nur einen Schlag brauchen wir brauchen Kohle wir brauchen Linsen wir brauchen mehr Linsen so schön haut ruf die beam jawohl schön so da können wir auch noch einen mitnehmen hier können wir rum hier können wir durch hier können wir abgeben fack hier rum hepp hole bis Radlinge adieu einsteigen weiter los da ist noch mal Eisen da ist noch mal Eisen da oben ist da oben ist irgendwas Lilanes ja was für ein Donnersturm da wächst auch noch mal oder schläft auch noch mal irgendwas da schläft auch ganz viel das sind auch noch mal Radlinge wir gehen mal wir gehen mal dahinter da sind unsere steinformatstürme aus wie Eisen da gibt es noch mal da gibt es noch mal Eisen da gibt es noch mal Eisen komisch ne Dreieisen auch noch mal Eisen da oben gibt es noch mal Eier ja nehm mal mit äh ich bin lieber laden ist alles gut ah komm 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 Kitschmeister komm 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 jeder hoch irgendwo da muss da muss irgendwo oh da muss komm schon komm 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 okay geht nicht kann man da außen rum ja gut äh hier komm hier geht ne sehr schön und runtergefallen und runtergefallen und schön für die Eisenablagerung mitnehmen dann uns wieder sagen lassen dass wir überladen sind wir wissen dass wir überladen sind das ist uns egal wir wollen dass trotzdem darüber geht es nicht wir gehen jetzt mal da hoch wo wir gerade zu fußeln sind sprinten können wir nicht mehr sprinten ist durch da sehe ich rote Bäume das heißt da geht es wahrscheinlich ins nächste Krieggang genau Gebirgsküste genau da ist der ganze Schleim den wir noch nicht weg machen können leider noch nicht weil wir die Spritze noch nie auf 2 haben naja gut Pech gehabt gehen wir nach Hause ein bisschen Kohle haben wir ja da ist der Peppelschleim nee nee du keine Chance ei 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 da sah es auch aus als würde es wo hingehen da sind die Dieselkürbisse komm mal da nach oben wir verlassen mal kurz den Mech wenn da mal oben wo geht es denn dahin haben wir da was entdeckt was wo wir noch gar nichts verloren haben eigentlich ich glaube schon aber ich glaube hier gibt es noch nicht nee oder gibt es hier nicht mehr waren wir hier schon ja ich glaube hier waren wir schon oh was sind das für Tafeln das geht gar nicht schade hier mal hoch hier rüber ja ok park 37 also morgen müssen wir auf alle Fälle zu Hause sein denn ja 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 ok ok wir müssen gucken dass wir nach Hause kommen wir müssen gucken dass wir hier mit ach da waren wir schon da waren wir schon oder wie gesagt es gibt noch nichts das könnte natürlich auch sein da gehen wir davor ja da ist der gelbe Wald genau und dann kommen wir da hoch dann machen wir halt das ich habe keine Ahnung wie lange die Folge ist weil ja schon wieder irgendwie zwischendrin tausend Telefonate und Dingens und hast du nicht gesehen aber so ist es halt ich finde das jetzt auch nicht immer gut aber mein Gott man kann es halt nicht ändern es ist halt wie es ist dann kommen wir da rum dann gehen wir da rum und dann sind wir falsch es ist richtig dass wir falsch sind also wäre es auch falsch dass wir richtig sind wir können wir können nicht hüpfen ach ja wir sind hier bin ich falsch da müssen wir lang da habe ich uns abwürzungen vertan schlimm aber wir haben nur noch ein gebiet was wir irgendwie säubern müssen damit wir und da freue ich mich schon fast auf und ehrlich ich glaube wir können hier durch latschen nicht aussteigen dann geht es hier durch und dann geht es hier durch und dann geht es nicht hier lang sondern hier lang richtig richtig ich gehe jetzt da runter und dann habe ich mich schon wieder verlaufen dann sind hier die Wiesen ich weiß wo wir sind ich weiß wo wir sind und dann können wir da schon unsere wundervolle Scheune sehen und unser Heckler und nach dem Traum nach dem Traum eieieiei eieiei da liegt millionen 17 euch drin da hin ich habe Holzmotor Angebot sieht irgendwie cool aus ne kaufen haben wir irgendwas dabei was gerade Geld gibt no rotes Glas gibt Geld aber das hilft uns nicht aber das hilft uns nichts das heißt wir gehen hier hin und dann saugen wir hier ordentlich dann saugen wir hier ordentlich und dann stellen wir fest dass es gar nicht geht zack hepp 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 und dann hier hoch und hepp und dann hier hoch und auch hepp so und dann nochmal ganz kurz da durch hier und dann hier hin alles mache er Lager in der Nähe ist hier ja das ist total toll aber wir können hier leider ne wir können es leider noch nie automatisieren hier lang hier rum hier rüber und natürlich falsch natürlich vollkommen falsch weil wir müssen ja da rein denn wir wollen ja die Kohle da in diese Kiste in diese Kiste wollen wir Kohle haben und in dieser Kiste wollen wir das haben und in dieser Kiste wollen wir das haben und eigentlich wollen wir da das haben und das wollen wir da nicht haben das wollen wir woanders haben die wollen wir anbauen die wollen wir anbauen ähm hoppala die Kiste wollen wir das reintun haben wir was haben wir nicht dann wollen wir da lang dann wollen wir da lang und dann wollen wir hier hin das wollen wir das wollen wir dann wollen wir noch mal gucken was wir haben das wollen wir auf alle fälle manchmal wo bist du denn du bist hier das wollen wir haben so dann hier hin hier hin rein hier das ist falsch die wollen wir dann wollen wir den und dann wollen wir einen höher hier hin da und wollen wir ok und dann runter und sehr schön was kann ich bitte den haben wir machen es jetzt noch mal da hin weg haben den wollen wir weg haben den wollen wir weg gehen dann ist das nicht die die holzkiste gerade war es und hier wollen wir die haben das ist glaube ich so das was wir wollen hierher auch mir ganz viel von diesen rotköpfen aber das machen wir nicht mehr in der folge das machen wir dann der nächsten oder ich bereite und das bedeutet ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen was auch immer ihr gerade habt wir sehen uns in der nächsten folge wieder vergesst nicht zu bewerten lasst gerne einen kommentar da bis dahin und tschau